einen wunderschönen guten morgen aus alanya ein kleiner zwischenstand vom haus wir haben jetzt mit der verputzung der wände außen haben wir jetzt durch und fangen jetzt mit der verkleidung an dann wird dann was drauf gemacht wir haben jetzt hier auch mittlerweile ein also was heißt mittlerweile die ganze zeit schon ein wächter weil hier wird sehr viel geklaut da steht er der passt dann die ganze nacht ist ja hier und wacht über die baustelle hier werden kabel geklaut und ach alles mögliche metall so ein scheiß der passt dann ziemlich rufen sehen doch nicht rausschmeißt wir machen hier eine verkleidung in der mitte kommen steine und dann unten kommt noch mal eine verkleidung mal gucken wie es ihnen drinnen aussieht der boden ist also soweit sauber auch hier haben sie endlich das loch zugemacht das ging mir so auf den sack ich meine ich kann man nur hier so ein loch machen das sollte die garage werden und das stört einfach nur wir haben das jetzt irgendwie verlegt nach hier außen baustelle ist richtig sauber geworden war ja schlimm aus überall nägel etc war ja auch gefährlich hier sind noch mal elemente von der verkleidung der essensbereich von jungs die ersten bauarbeiter kommen schon wieder angewackelt vor 8 uhr auch nicht schlecht schön sauber alles finde ich super das ist ja 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 aus